Was soll ich denn fasseln? Wir sind da, wir spielen wieder, Matze ist wieder da. Jawoll. Was soll ich denn quasseln, Mann? Keine Ahnung, einfach hallo, schön, dass ihr so schaut, so guckt. Schön, dass ihr nachträglich zuschaut, weil noch ist keiner im Stream wahrscheinlich. Genau. Genau, socken erst. Der hat das Spiel noch nicht. Bisschen locker. Erstmal. So. Guck ich mal. Der mal. Recan. Kacke, geht jetzt schon los was? Hm. Bisschen locker. Trotzdem bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. YouTube. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich hier popped-on bin. Ah, das Spiel ist über YouTube. Ah. Da, 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 da. So. Mal klick hier. jetzt live doch ja servus mal und grüßig alte die ersten ich bin immer noch gold 1 was bist du gerade so jemand ich glaube zehn punkte die wollen mich doch nicht hören so gut das werde ich hier lange her nach wo ich das machen war ich glaube jetzt ein monat pause gemacht hat er mal einen hüllenflug gehabt kommen ganz oben rein sechs drohen blackbird hat mich überlegt zwei zuschauer mit jonas vier insgesamt hier freut mich wie geht es ja mal jetzt so wie du machst du sagst du sagst einen monat pause gehabt so du john wächst hier eigentlich geht schon gerade von der arbeit und hat angefangen ja uni hat angefangen wir waren ganz tag in der uni jetzt gerade noch arbeit ja morgen wieder 8 uhr aufstehen also 6 uhr 30 aufstehen und 8 uhr und malen fragt auch noch viel alt seitdem also so was fragt man nicht ist ich bin halt zwei bislang ist achte bist du 16 genau schön wärs servus toxic also hier die ganz ja hier louis 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 panos schnee oder ich bin 29 john du bist 23 23 ich bin dran ich bin schon 26 klappt man nicht mehr das schaust so jungen ich halte schenke die andere rolle ist 25 also das und wird jetzt auch 36 vielleicht der ist vielleicht hier links schon geht er weg granate ok da war keiner ich bin locker normalerweise sollte jetzt einfach ja wenn noch eine oder zwei kommen und spielen wir ran oder hier auf rief ist offener kannst du hier aufschlagen ich kann ja zu satte hier in der küche wo sich aufschlagen erneut gesichert Ich platziere, entdeckte er mich hoffentlich Na komm Fenster Er war da hinten Easy, bist du bald der Switch? Ich war nicht Twitch, ich war Hibana Oh Gott Der treueste Toxiker haben wir schon nicht gespielt, Game Attack Bist du jetzt im Stream? Kenn ich aber auch Johnny Boy Ich bin im Stream, ja Ich lese gerade den Text mit Ja komm, spielen wir danach zur dritten Runde ran, oder? Keiner will locker sehen Naja Guck hier mal im Chat nochmal nach Gruppe Ich muss, wir gucken hier Malle und so, die Spielen sind gerade in der Fünfergruppe Haben ne Party offen Na gut, ich bin zu blöd Sollen sie rüber kommen? Sollen sie rüber kommen? Sollen sie rüber kommen? Hat jemand hier Kontakt gemacht? Ähm, ne, so vielleicht nicht Nur noch 10 Sekunden Ach, warte mal Ja, ich Komm hier Achtung Die Gegner haben eine Bombe gefunden Verschützt uns eine Zeit Die Gegner haben eine Bombe Hier Auf eindliche Aktionen vorbereiten Ich will unbedingt mal so legendäre Skins haben Wie es nur in den Alpha Packs gibt Ich habe für Termite Liga-Tarnung gezogen Liga-Tarnung Liga Ist die legendär, ist die golden gewesen? Warte, ich zeig's dir nach Ich kenn mich doch noch nicht so gut hier aus Was? Ja, es gibt äh Weiß Blau Lila Und Gold, oder? F-fuck Wenn ich keine Ahnung Ich hab im Monat nicht gespielt War's gar nix mehr So, Garage Platz Down Lobby down Äh, Lobby ist ash irgendwo Oberlicht, oder? Ja, hier ist unsere Aufkrim Ist zwar mal Oben What? Ich bin tot Oben ist Twitch Ash Wo war die Ash? Äh Lobby links In diesem kleinen Raum da Was in die Falle rein? Komm, ich hör dich doch Fuck Fuck Oh, lass mich nicht allein Keine Oh, fuck Jetzt pushen die Bist im Arsch Mmmmm Schakal ist aber nicht Na komm, komm Wie gesagt, ein Kill Na Servus Moritz Hab ich aber auch verkackt Timon, flüssig Ähm, Timon fragt, ähm, ob er mitzocken kann Ja, eigentlich schon, oder? Ich weiß nicht, wie alt bist du? Machen wir heute War ja nicht geplant eigentlich, ne? Einfach heute mal bisschen abspacken hier Nachher wollten halt die anderen noch kommen Eigentlich Ist das egal Ob wir heute ein Community zocken machen Ach komm, ich spiel nochmal Ibana So John, du darfst entscheiden Enttäuscht du Die Community, oder nicht? Ich entscheide gar nichts Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Ja, warte, wenn wir mal erst mal hier vorbei, äh, zu Ende Schauen wir mal Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt Freut mich Definitiv, ja Drohne hat eine Bombe lokalisiert Bin platte und 16 16 ist in Ordnung, oder? Eure Drohne hat eine Bombe gefunden Der Rang ist eigentlich relativ fisch Naja Eigentlich Ja Louis, hast du nicht auch Bock mit uns zum Socken? Bitte mal langsam Zeit Dass du dabei bist Der Junge muss auch mal mit uns zocken, ey Jedes Mal dabei Wo sind die? Ok Oben Zio Ja Jungs Nature Sprengen hier auf, ne? Naja, mach doch Vorsicht, ENP! Oh, das gibt es nicht! Dog fast down! Ach! Naja, gut, Dog fast down! Wo ist der denn? In den kleinen, ähm... Aktienraum! Aktienraum! Entschärfer wurde erneut gesichert Da, oder? Ist Dog, ne? Nein, ich hab den verletzt, ja Oh, was schluckt der der? Schön Dog down Ja, cool Ja, dann haben wir ja zwei Spieler Da haben wir Wir Dingens Thomas Timon Äh, die Räume sind zwei, ne? Und Toxic Ah, schau mal rein Ah, ich hab den Jeffer Wie heiße ich nochmal? C A R B U N I 0 Nein Das war ein PSN Lipp mich mal Entschärfer ist online und aktiviert Noch ein Gegner übrig Oh, schön Schön gelassen Der kommt außen rum Haha, schön Was? Ach, morgen ist Schule Ja, natürlich Ja Wie gesagt, ich muss auch Ach, ne Ist ja nur in Hessen In Hessen In Hessen ist ja Winterferien, ne? Was haben wir denn jetzt? Ich hab's Ferien Ja, wobei Jeff grad schreibt Dass er kommen würde Ja, also hätten wir bis einen Platz Jeff Äh, Spring Fee Äh, Spring Fee Ähm Ja, genau Die Fee halt Ja, die Fee Die Frühlingsfee Die Frühlingsfee Ja komm Soll wir jetzt noch Eine Runde locker machen Bis wir zu 5 sind? Wenn Jeff jetzt kommt Gleich Timon Wenn er kommt Entscheide du? Ja, ich mach jetzt noch mal weiter Und nach der Runde mach ich ein Alpha Pack auf Ja, ich hab ein Alpha Pack Ich auch Verpackt bekommen Er schreibt gerade ob die Party offen ist Ja, natürlich Man sieht's ja noch nicht Ich hab's so vorhin auch nicht gesehen Lade mich mal ein Mach ich das mal schnell Ja, ne dann scheiß drauf Dann sollen die zwei jetzt reinkommen Aber es kann vielleicht sein, weil du auf Bist du auf Offline gestellt? Echt? Nö Ich bin online Spring Free Spring 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn die Frühlingsfee Der ist bestimmt mit dem Soba-Account online Ja, ja Schreibt doch dort Am 30.10. hättest du Zeit Warte, shoppen Yusuf! Du mal eins Er ist auch wieder da Oh, es geht ja schon los 30.11. Äh, 10. Was ist das für ein Tag? Ist ein Montag Ist ein Montag Sicher? Ist es nicht vielleicht sogar ein Samstag? 30.10. ist ein Montag Der 31. ist dieses Jahr ein Feiertag Und das ist Dienstag Hallo Jeff Ich hab keinen Guckentag Deswegen weiß ich Mein Name ist Chef Ja genau Ist die Frühlingsfee Hallo Also wir sind im Streamen, gell? Jeff Benehm dich Jeff Ich beleg mich natürlich immer Natürlich Ich kann gar nicht anders Ich kann gar nicht anders Jeff, sag mal Hallo Bist du mal alles beschworen? Ich muss mal hier meine Stimme zugessen Ne, brauchst du nicht Glaube ich Wie steht Kann jemand Achtung Ja, mach ich weiter Ähm Oh Wer wollte jetzt rankommen? Machst du letztes Mal hin? Ähm Hier Thomas Am 29. hast du Geburtstag? Ja Wie alt bist du denn? Muss ich mir auf jeden Fall notieren Man hört ihn Jo Wie gesagt Also wir haben jetzt noch einen Platz frei Gleich für Rang Wer Lust hat Einfach Carboni 09 halten Und dann könnt ihr bezocken Dann könnt ihr bezocken Weil heute Montag ist Das wird nötig Das ist richtig Das ist richtig Hat sie jetzt Ja Äh Sind schon wieder im Job Oben Dach Hibana Hibana Krieg ich in die Ecke? Nein Sie hat nicht Fuck Die hat aber nur halb Leben Was war das? Claimor oder was? Ernsthaft Habt ihr doch noch einen Claimor gestellt? Na gut wenigstens Gott Was war das? Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps Also wie gesagt Ne Wer Bock hat Trank Zu spielen Kann er gerne mitspielen Aber Keine Garantie Keine Garantie Timon Hoffmann In Platin Schreibt aber nix mehr oder? Ne Schreibt leider nix Was ist der überhaupt noch im Stream? Was ist der überhaupt noch im Stream? Das kann ich dir ja nicht sagen Jonas Ich weiß es nicht Hm Ja dann starten wir jetzt Geh mal raus starten wir zu viert Ja Oder? Nochmal Absolut Genau Hörst du mich echt an wie ein Junge? Wie ein Kerl hörst du dich an? Vor allem wenn du 26 bist und dich dann immer noch so anhörst Ja Stimmbruch hat den hier Wirklichkeit bin ich preize Wie im joinen Machst du jetzt so einen? Ich muss mal ein Alpha Pack aufmachen Ja warte mal ich mach auch ein Alpha Pack auf So jetzt öffnen Uh blau immerhin Was ist das hier? Rosa? Lila? Ist das gut? Lila ist selten ne? Lila ist gut ja Lila ist episch Episch ja guck mal episches Ding hab ich hier Was hab ich hier? Und was? Wie Asse Warte ich guck jetzt mal nach der Talon Universale Taliesmann Ja komm wirklich mal dreck drauf Warte ich join den mal Jeff bist du noch da? So Okay das war Silber Wer wollt's jetzt wissen? Carboni oder? Was hast du? Taliesmann? Doc Shibi? Nein wegen Ich Was? Ne Warte mal 4 Aster Dann geht das hier nochmal The Real One Fifteen Wie alt bist du denn? Ne Alva Beckerlis Drauf lassen Komm hier Herschön So Chokohase 4 Aster Geil Ähm Edit Carboni 0.9 15 Ball 16 Wie gesagt mir ist das egal Solange Dann hättest du auch noch funktioniert Ja Das ist John Diamond Ja John Diamond Ich bin da im Ende Ja Hast du gar nicht verdient ey Es hat ewig gedauert Es ist ein Da hab ich voll verdient Hast du voll verdient ey Hast du voll verdient ey Nein hast du nicht Hast du nicht verdient ey Ja gut wie lange brauchst du noch? The Real One Oder können wir noch eine Runde starten? Oder können wir noch eine Runde starten? Oder können wir noch eine Runde starten? Oder soll wir eben noch locker? Ich sag mal Ich kann auch Pause einschalten Das ist auch kein Problem Stream Bist du im Stream Bist du im Stream Jonas? Ich bin im Stream ja Ich lese gerade Ja guck mal was ich machen kann hier Achso ich schaue im Stream Ich lese bloß den Checkmode Äh guck mal Stammtisch Gruppe Ist das nicht geil Warum was steht da? Jemand hat gefragt auf dem Platz Ja warum hat das Ich kenne ja nicht Achso Aber The Real One hat jetzt gefragt Soll er noch eine Runde im Saal mit uns zocken oder? Ja okay dann zockt er eine Runde mit uns und dann soll ich da dran kommen Ist das in Ordnung? Aber das soll ich Soll sie Äh wir ein Ja Dann ist die Meisterin Dann machen wir jetzt Pause Ja er spielt die Säbe Ach psch Das hat mir jetzt ein Foto geschickt Achso du hast mir das Oh die ist geil die Tarnung Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Wir wollen jetzt demnächst mit COD anfangen Ob das gut findet oder nicht Also Johnny Wallen ist Ja COD Ja Ja Wir wollen den Einzelspieler durchspielen Wir wollen den Code Modus durchspielen Und wir wollen ab und zu halt paar Multiplayer Runden antesten Und 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 was noch? Und den Zombie Modus Zombie Modus Jawohl Oh da wäre ich auch dabei Da brauchen wir noch zwei Freiwillige dann Hallo Wäre nicht besser dafür geeignet als das Zombie Girl Das Zombie Girl So warte mal Muss ich noch hier aufschreiben Luis Er hat Geburtstag Sag mal Luis Wie alt bist du denn eigentlich? Ich weiß Hat er mal erzählt Ich glaube er wird 16 oder 17 hat er mal Ich weiß es nicht mehr Ich weiß es nicht mehr Mach doch deine Alpha Packs auf Solange wir noch auf den Seiten Pfff Das hatte ich ne? Ja echt hey Mach halt Ja komm So ein Tütchen kann ich noch aufmachen Hast fünf Stück also bitte Ja Dann spielen wir doch eine Runde locker mit dem aus dem Stream Und dann zocken wir ranked mit Stefan Machen wir es so? Warte mal Blau Mit dem real one Ach zack Wie heißt denn der Stream? Selfie Thema Hurricane Wie heißt der nochmal bitte? TMA Hurrikan Wie das zweite Team Oder das zweite Team Eine Maske Aber auf YouTube Ja genau Auf YouTube Selfie ? Ich habe also keinen Livestream Doch 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 Warum sehe ich So etwas von live Genau Aber ich streame auch Gelegentlich mal auf Twitch und eure videos habe ich schon mal angeschaut so allgemein und ja der john ist jetzt nicht so prickelnd aber rang oder locker kaputt wird man eine runde locker mit dir spielen weil stefan eigentlich schon da wäre mal er hat sein kann wir kommen nämlich mal kein schein oder wir könnten auch eine runde renkt mir ist das egal wir können auch eine runde renkte ich will das nicht dass stefan meint er muss noch ankommen also jetzt 30 minuten warten ist also mal geschrieben ladet mal irgendwie ein x the real one 13 er macht so macht auch ja ich bin dabei von 13 weißt du bin ich einen monat lang nicht on livestream so und jetzt seht ihr alle ein wartebildschirm oder hauptbildschirm so ein labern ist raus also spielen wir rang oder ja spielen wir eine runde rang mit dem real one mit ihm ist der timon nee das war wieder ein anderer aber hätte ich echt nicht gedacht jetzt noch so eine weile dass wir so viele zuschauern haben ich habe jetzt schon vier aufgemacht hier flaschen öffner wäre was für dich ja komm ich starte mal locker bis er rankommt ich soll ich bin jetzt in den trupp eingeladen nicht in die fertige also blöd hat die einstellung einladen ja also wie ihr vielleicht mitbekommen habt sind wir jetzt mit thema hypernet zusammen oder hypernet man munkelt dass wir was drauf haben ja dann starte ich mal direkt kann ja machen wir reinkommen ich habe ihn gerade eingeladen naja das ist ein tropk über mich rein spielen also rang naja ja dann werden wir lassen starten eine runde mit ihm die party habe ich dich auch schon eingeladen du bist das eigentlich die andere du musst du musst auch nicht drin sein wenn du nicht möchtest das musst du nicht nehmen kannst du auch so einfach mit zocken ok seid ihr bei mir drin warte mal ich muss raus ich gehe raus ich gehe raus ich gehe raus ich bin alleine ich bin alleine ich bin auch gerade rausgeflogen ich join dir einfach zum beitreten ach er ist schon in der party nach der runde kannst du mitzocken das hat mir noch mit mit einem aus dem spring und dann könntest du ankommen wenn du willst okay super dann löte ich mich so lange im team war ne ne champion ist nicht von thema so let's go ein militant eines truppes spielt gerade in einem anderen match also ich kann rang nicht starten wir hatten sperre ich nicht eigentlich keine ja aber es ist auch wieder bullshit weil locker kann ich starten aber nicht rang so wie macht du mal hier party auf oder macht du warte ich lade euch schnell ein nee du bist der solo ist das ist wurscht sagst du so gut sind jetzt nicht so krasse gegner bekommen mit den ringen du weißt jetzt mit deinem was er dann haben wir jetzt veröffentlicht also ich weiß jetzt wie du richtig heißt jonas ist ja bei mir eingeblendet dass man das stream ich kann auch nicht rang spielen ach stimmt egal ich kann auch nicht starten also es liegt in einem von euch so mehr die spiel neustart ja josef josef ach der josef labert auch aber nochmal starten das gebe immer eine runde locker herkommen ja das haben wir auch gerade probiert mit locker starten und dann wieder verlassen das ging aber auch nicht ich denke mal so viel wie er los ist ja ich denke so was von voll so ganz kommentar ist mir so rank locker nicht abgehoben ich erinnere mich noch an die tischseiten des streams und schon ich habe ich habe versucht zu streamen und habe dann gemerkt dass ich den hängen so scheiß dreihunderte pink hatte das ist gleich wieder ins team beendet das heißt so ein drei minuten oder zwei minuten video online was total dämlich war zombie mensch ich muss warten das spiel da gestartet ist tut mir leid an die zuschauer sie haben öffnet auch des tiers tatsächlich ohne dich könnte ich starten so wie immer teamkills macht das ist ein problem wo man sich denn immer teamkills also bitte ich gucke jetzt ob ich starten kann mal alleine kurz recht zu lang worden fünf minuten also alleine kann ich auch starten ja kommen an noch rein soll ich jetzt einladen oder kommen wir kommen kommen ich lass ja ich kann auch klein wollen wir bombe oder bereich ich bin mit bereich oder das ist noch mal schon jetzt das begeistert bereich sich in ich finde ich jetzt nicht ganz ehrlich ist es egal was das spiel ist ob locker oder am spitz und auch selbst in terroristen ja bisher voll am spitzen inzwischen das ist geil gut falls ihr was frei hat ladet er mich ein ja ich zähl ich stehe zwar auf hoffen aber einfach einladen Ja, mach mal. Alright, dann viel Erfolg euch. Ja, danke. Ciao. Ciao, ciao. Sambige. Ich bin aufm Weg. Spielbeitritt. Boah, brauchst du lange. Aber echt. Mann, 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 Mann. Verwendung fehlgeschlagen. Ja, dann lass du einen. Ist nur bei den Frauen. Machst du die letzte Du ein? Ich? Ja, klar. So, wir wissen jetzt. Osla, Nesola, Jonas. Glutschauge, Real One. Und hier, Zombie Girl. Also, Glutschauge wegen hier. Na, warte. Ähm. Ja, warte mal. Ähm. Malle ist, ähm, Malle bei R. Wer ist? Malle. Malle ist ein Member. Bei uns im TMA. Louis ist, ähm, für Rainbow Six komplett zuständig. Also für Team Hypernate und Team Hurrikan. Mhm. Kann man so sagen. Bindung fehlgeschlagen. Ach komm, verarsch mich nicht. Ich verarsch dich nicht. Da bist du doch. Ah, jetzt. Ja, geht doch. Einer fehlt noch. Kannst du Rang starten? Schau mal gleich. Also, steht bei mir, ja, mit Rang. Okay. Es wird noch der Real One. Ja, ja. Ja, ja. Ob das wir dann dich nochmal einigen gewonnen? Nein, und deswegen bin ich noch Gold 1. Wolltest du hier eine Stunde mit dem Menü verbringst, oder was? Ja, ja. Ist Malle Giovanni? Nee, Giovanni war Alex. Malle ist, ähm, Malle, äh, 88, ne, 89, ne? Ja, wir haben leider ein paar Abgänge zu verzeichnen. Giovanni ist nicht mehr bei TMA. Ähm, Pro Soccer ist nicht mehr bei TMA. Ähm, The Player. A.K.A. Josh ist nicht mehr bei TMA. Und, äh, Chey. A.K.A. X-The-Life, da wie er hieß. Du kannst uns auch einladen, ja. Kommst du nicht rein, oder wie? Ja, ich komm nichts an. Okay, dann wird's tun sein. Da bin ich besoffen, hörst du hier. Zack. Ne, Alter. Äh, Executor-Ton, Carboni, Solar und Samigal. Aber Carboni 09. Nicht, ähm, TMA Carboni. Genau. Das ist mein zweites, das ist ich. Also, ich bin Chitzo. So, zack. Eine Stunde später. Echt? Wir haben jetzt vorhin... Um wann haben wir gestartet? Um 9, ne? Das ist 10. Ach, was ist das denn hier? Ja. Ja. Wer hat mich denn jetzt eingeladen? Das ist ein realer one. Ja, das haben jetzt alle eingeladen. Ach so. Ach so. Okay. Ach Gott. Los. Quatsch. So. Jawoll. Rang, rang, rang. Ja, komm. Hau rein. Boah, heiß. Boah. Oh, wir können auch Geisel spielen. Ja, ohne Witz, das müssen wir echt mal machen jetzt demnächst. Ja, eigentlich schon. Spasshalber Geisel spielen. Ähm, etwa mochte ich eh nicht. Ja, Jay war eigentlich ganz in Ordnung. Also hat manchmal... Pro Soccer hieß, ähm, Philipp. Exterlife mochte ich eh nicht. Ja, der war manchmal im Stream schon ein bisschen... Hm. Aber eigentlich kann ich nichts gegen ihn sagen. Mhm. Wollen gut, das ist auch alles. Aber fällst du auf einen Apfel wie jetzt? Aber dafür haben wir wie gesagt ein neues Team, Hypernate. Ich habe auch rüber gewechselt. Also ich bin jetzt eigentlich nicht mehr beim Thema Hurrikan, sondern bin mittlerweile bei Hypernate. Was? Willkommen, willkommen, John. Wer von euch hat einen John eingeladen? Chef, aka HRT Solar. Ist auch einer von Team Hypernate. Sind wir ein bisschen gemixt jetzt. Hallo. Grüß dich. So, jetzt wird rasiert. Also ihr macht auch so eine Runde. Äh, ich würde da aufmachen, real one. Ach ne, schmarrn, schmarrn, schmarrn. Ich bin ja bereit. Alles gut. Ja. Ich war jetzt voller Frambe noch. Du, 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 du. Stimmt. Real one hast du nen... Äh, vornamen auch nen normalen Namen. Kann ich das nennen? Pff. Fölter nicht. Habt ihr die Twitch? Ja, habe ich. Good. Nice. Stark. Hat jemand noch Wände? Ne. Äh, ich hab keine Gänne mehr. Die Gegner haben den Bio-Befahrgut-Behälter lokalisiert. Hilf. Oh. Geht platziert. Nur ein kleiner Piek. Wir haben Fans. Was ist da los? Das birktal, du, 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 du. Was. Vor der Lobby glaub ich, wär ich n Schimpf. Die Farbe, yeah, ist kaputt. Sorry, pass auf, da ist einer, ne? sind die bei Züge? Am Dach sind sie Jawohl, sorry Jawohl, hinter dir ist Ash und Chakal Dach Chopper ist auf Zug ist aufgegangen Ja, Chakal und Ash Schild am Dach Im Camp sehe ich gar nicht Ich höre Süd, Steps Hier am Fenster Matze, lass die gleich mal dann in die Zange nehmen Vorsicht, Dach Chopper, ne? Hier, beim Pink circa Das ist ein Chopper Der letzte ist am Dach, am Schild Ist ein Schild, man nicht Geh weg, geh weg, Schild Geh weg, geh weg, du bist eh gleich tot Lass ihn nur runterspringen Warum bin ich tot? Ja, du bist fast tot Splits, oder was ist das? Trin, da weg Wer hat Kontakt? Ich? Sag mal, wo bist du? Ähm... Bist du draußen? Ja Alter Du wirst entdeckt Wo ist er denn? Wie lange? Da oben auf dem Dach irgendwo Ja, jetzt geht er gleich rein in den Raum Er ist wieder am Dach Chopper Oder? Ja, geh mal nach Dach Dann, wenn er runterspringt, können wir von zwei Seiten holen Er muss ja eh runterspringen Ja, aber warum schon mach ich das? Es bleiben noch fünf Sekunden Ach, sie ist er Gott, voll verengt Was war das, war das schon Blitz, oder? Ja, der wollte nicht mit mir kämpfen Was hat denn der für ein Skin? Also für eine Uniform, schaut euch geil aus Das ist der Profi-Liga-Skin für Puls, für Talia, Frost John, du Verräter Ey, ich bin ja trotzdem noch bei TMA Wir wollen jetzt praktisch für einen einen Erfolg Äh, ja, wie soll man das sagen, keine Ahnung Eine Kooperation Also, John möchte einfach sagen, ich bin viel zu gut für Hurrikan Nein Das will ich nicht sagen Dass jeder Spieler noch LFPS hat Ja, ja Ja Wollen wir aber leider, wollen wir bitte nicht machen Leider Im Büro finde ich jetzt John, will aus Also, das wollen wir leider nicht im Stream machen Wollen wir schon nicht sagen Nee, das machen wir auch Nee, so was machen wir nicht Nee, ich nicht Aber da ist ein Flugzeug, dass du sich ganz ohne Ö Da nach unten glitschen kannst Im Boden Und? Nee, geht das eigentlich noch? Mit dieser Glitschen, dass du am Boden bist? Achso Keine Ahnung, ob du auf Bank oder was? Nee, nee, Flugzeug Da ist ja das überall Achso, ich glaube nur Drogenkipps gibt es immer noch Ja Nee, ich drohle Glitsch, wo wir sind mit einem richtigen Operator auf dem Boden Glitsch über Operator? Ja, das ist blöd Kennst du das nicht? Ja, das ist auch sozial Ja, das ist auch sozial Das mach ich gespannt Ach, das macht mich wütend Johnny, wo bist du? Johnny, wo bist du? Dein Zombie, pass auf Ich bin drin Ich bin drin Johnny ist drin Vakery, hast du John? Jo Oh, ich habe irgendeine Teamgeräcke gemacht Das war meine Drohne Sorry Ich dachte, es wäre noch eine Kenmodelle Oder irgendwas Feuerschutz, lade nach Ich scanne einen Über uns, glaube ich Oh, sorry Jungs Fuck Hat jemand von euch hier Hat jemand irgendwas zum Sprengen? Nee, ich bin tot Oben, oben Oben Top Der ist hier Johnny, ich mach hier Ist doch lächerlich, Alter, wir kommen wieder im Kopf War das der, wo oben rumgerannt ist? Jo Ja, das war der Ich scanne noch mal irgendwie Vakery, on the spot Vakery, immer noch on spot, ja Ja Vorhin hat mich von da hinten jemand geschossen Ich fahr mal kurz Drohne Ich hab deine Drohne Wenn du oben wieder bist Ich hab dir noch, wenn du es kannst Jo Oh, oh, oh Stopp, 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 stopp Da war einer Nice Alter Boah, was hat er denn geschluckt? Ja Kann hier jemand aufmachen? Ach so, rechts in der Ecke War einer Alter Alter Okay, wie hat das richtig passiert? Destrohsel, Lobby, Lobby, Lobby All Lobby, Lobby, Lobby Ah, schön gemessert Nein, den wollte ich kill Nein Nein Das bekommst du nicht Den kill bekommst du nicht Carbone ist wie immer als erstes tot Ja, ich kann nicht viel Ja, natürlich ist Carbone Ja, natürlich ist Carbone als erstes tot Wollen wir auch Drogenlabor oder Büro? Ähm Ich hätte mich, keine Ahnung Ich könnte mit Drogenlabor gehen Ja Also Mit Rotation Mit Rotation Oder ohne Ohne Okay Mit was? Rotation Ja, wo ist jetzt? Ja Die Wand ist sicher Ich gehe klar haben, jetzt ist die U-B-Fahrgut Ähm Der ist gestorben Ähm Oh Gott Das ist irgend so ein Rainbow-Six-Spieler, der ähm Irgendwie gestorben ist, keine Ahnung Und umgesauft hat Da so ein Ja, kleines Denkmal errichtet Finde ich echt eine saukule Aktion War eigentlich genauso bekannt wie Carbone Ich glaube ein Streamer war das, oder? War so genau War ein Streamer, der halt die ganze Zeit Rainbow-Six gestreamt hat Irgendwie so Ach Habt ihr noch eine Wand? Nee Aber ganz ehrlich kannte ich jetzt nicht Ach, vergiss er Kanntest du nicht? Äh, warte, da siehst du dann seinen Stream-Namen hier an der Seite Carsten Hey Carsten Hey Carsten Er war nur Platin 2 Guten Tag Hallo Irgendwas ging da oben auf? Ah ne Ja, das war ich Die Wand ist nicht versteckt Jo Hier ist auch nicht versteckt Egal Nein Die kriegen sich schon wieder selber Magazinwechsel Ja Vorm Drogenlager Fenster Schild Oh Die Esch ist weg Die Matze Was ist bei dir los, Zombie Girl? Schild Blitz Oh Das ist ja nicht hinter uns, was kommt Ich hab aber Sag mal, Willi, warst du das? Lümmel Was? Ne, da draußen ist noch wer Ja Ich will auch die Schüssel Ihr bleibt jetzt erstmal voll Ja, genau Äh, ja Bis morgen Bis morgen Bis morgen Ciao Ja, ich bin nicht mehr lang on Ich glaub, die gehen oben rein Naja, ich bin da drin Was geht denn mit ihm ab, Alter? So, äh, Checkhalter Ohhhhh Fest Immer noch auf Fenster Ja Du fühlst doch schreckhaft Oh, kann er nicht mal reinkommen Oh, sind beide vorm Fenster Gut Wo vom Fenster? Bogenlager Hier Äh, äh Warte, falsch Direkt Hier Ah, ich weiß wo, ok Schöööön Letzte ist unter dir Schön Wo ist er? Da ist er Wie kommt es, dass du bei TMA spielst? Keine Ahnung TMA hat gefragt Und ich bin gekommen Ah, TMA ist auch geil, ganz ehrlich TMA ist richtig geil Coole Jungs Top-Clan Sehr stark vernetzt Und natürlich die ganzen Spensoren und, äh, Supporters man bekommt ist ja schon schon geil Und bleibt definitiv bestehen Ich mein, seit neun Jahren gibt's jetzt das Thema Richtig Sponsor zum Beispiel unter anderem Regato Gato Gato Sponsor Ein bisschen Werbung hier machen Ähm Was hast du gesagt, Jonas? Sehr schön Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert Nix, oder? Muss weniger rauchen, really? Äh, 3-0 steht's Die sind jetzt nicht so gut, die Gegner, also Ich glaub Doch, die sind mega stark Oh, die haben Cast Nein, der macht den Glitch Ja, ich merk's Ernsthaft 15 Sekunden FPS Drop Naja, wenn wir, wenn wir nicht verlieren können Oh, ne Haben wir jetzt schon 2 FPS Die Runde haben wir verloren Wollen wir uns nicht einfach selbst killen? Ja Also bei mir läuft das fressig Lol, ich hab wieder flüssige FPS Oh, ich nicht Ich auch nicht Oh, ich hab null FPS Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen Hahaha Was? Ich hoffe, hier alles läuft, Zibala Feindliche Aktivitäten Und drin Sicherung des Behälter Den Raum sichern und die Bio-Behälter Doch, sprich Hinter mir Ja, Jungs Sollen wir uns Glitschen verlieren, die wahrscheinlich Boah Alter, ganz ehrlich Das sind die schlechtesten Boah, ich krieg da so'n Hass auf solche Leute, sorry Ja, und der Glitsch da noch richtig Ich kann nämlich abholen Das ist so schlecht So, TrapNight Ohne Witz Boah, da krieg ich so'n Hass drauf Ich glaub ich Glitsch ist in dir schlecht Ja Wissen wir, ich soll jetzt HH schreibe Das ist ein deutscher sogar Also TrapNight16 Wenn du das irgendwann mal siehst Du bist ein Arschloch Du bist nicht nett Ja, genau Genau Und überhaupt nicht nett TrapNight Also TrapNight16 Deutsch Russisch Englisch Season 3 Platin 3 Season 4 Platin 2 Zwei Kills Boah Krieg ich wieder so'n Hass Naja gut Real One War schön, dass du da bist Ciao Ciao Vielleicht nächstes Mal kannst du gerne mal wieder vorbeikommen mit mir mal streamen Ja Ja, klar, gerne Tschüss Ja, ciao, ciao Ciao Einer von euch hatte voll die angenehme Stimme Bad? Vielleicht Die Runde lade ich auch noch extra hoch, weil ganz ehrlich Was wollte ich jetzt sagen? Angenehme Stimme Bonus im Team Ne, äh, Champa, kommst du dran? Ja, ich würd sagen, lad mal ruhig an Ähm, ich komm gar nicht raus Ich komm gar nicht raus Ich hab noch ein Ladebildschirm Bad, ja, bad Alter Was macht der Bad eigentlich? Den hab ich schon lange nicht mehr gehört Ist aber auch noch on? Die ganze Zeit World of Tanks Echt? Das ist Papa geworden Nicht mal ne Sternstunde Ist der noch ein Rainbow Team? Ja, nee, Rainbow ist sie nicht mehr Weil er Papa geworden ist Und, ähm, keine Zeit mehr Muss, ähm, jetzt Um Gold of Tanks Sich kümmern Ich bin jetzt gar nicht in der Konsole, ne? Wo kann man denn jetzt rein? Bei mir? Vielleicht bei mir? Das machtste Also Carboni Achso, Carboni, ja Oh, hä? Oh Oh, ich auch Weil ich dachte, du wärst es da So, Freunde Wir können rauchen gehen Essen gehen Essen bestellen Das wird jetzt wahrscheinlich wieder halbe Stunde dauern Nein Hört auf mit der Scheiße Ja, ich hoffe ja nicht Äh, wem trete ich denn jetzt bei? Carboni Sag nochmal Carboni Dann kriege ich jetzt erstmal eine rauchen, aber ich bin doch am Hitze Warte, dann mach ich jetzt über die Party Äh, wo ist Carboni da? Wem kann ich nicht beitreten, der ist nicht in meiner Frontsliste Was? Brauchst ne Einladung? Warte Dann würde ich eine Einladung werden Kommt sofort Ja Johnny, wann machen wir den nächsten Stream? Gute Frage Morgen Nee, morgen habe ich Nachtdienst Morgen früh Morgen früh ist da Morgen Mittag Also, heute hat es sich halt angeboten, weil Hypernate kein Spiel hatte Und weil ich jetzt noch relativ Zeit hatte auch Bisschen guter Und Das Wochenende, glaub ich, schaut schlecht aus bei mir Aber du kannst ja trotzdem streamen, du brauchst mich ja nicht Nee, wir machen das zusammen Ich bin zwar gerne dabei, aber Ich bitte jetzt schon mal mein Verlierer, wenn ich mich mal nicht mehr aus dem Umraten So Warte Ich trete die Beine Ja Johnny, wir warten nur auf dich Sorry, sorry, sorry Ich hab dich auch schon eingeladen Ich bin auch gerade jetzt eingewankt, also da ist noch Luft nach oben wieder Also der spielt, also ganz ehrlich den Trap Night 16 Wie lange ist es mehr gespielt? John, das lässt du jetzt nicht mehr in Ruhe, ne? Na, ich hasse Glitcher Ich hasse Hacker Ich hasse Oh, ohne Witz, das sind so schlechte Verlierer Ja Wie kann ein Spiel Spaß machen? Dann Dann zocke ich doch nicht, wenn ich glitch, oder? Ja Haben wir die nicht sogar mit 5-0 weggeklatscht? 4-0, ja Ja, 4-0, aber umhinter mit Kills Ja, einer von uns Ist egal Könntest du ihn mal bitte in die Party holen, lieber Gaboni Ich bin ein wenig geschlagen, ich kann nicht beitreten Lattet mal einen Johnny Wen soll ich mal hier ein an? Ein Bad? Warum? Toxic hat das gefragt und Bad doch in die Party kommen könnte John braucht niemand Gaboni erst einen Verräter Läuft, wir können Oh Mann Ich lade doch trotzdem noch auf dem Kanal hoch und bin ja trotzdem noch bei Thema Hurrikan Ja, ich weiß nicht, sollen wir uns nicht vielleicht noch umbenennen? Irgendwas? Weil es hat ja keinen Bezug mehr auf Hurrikan oder so Ich starte einfach mal, ne? Ja, starte, bitte Ja, ich weiß nicht Wie wollen wir uns denn nennen dann? Wie wollen wir den Youtube-Kanal nennen? Vorschläge bitte in die Kommentare Fällt aber Fällt aber Ach, komm mal E-Sport-Kanal gibt's ja schon Wenn ich das schon so nett gefragt habe Ich lade ihm ein Ob der Dicker rüberkommt, weiß ich nicht Ja komm Was ist das? Hey Toxic Hey Toxic Hey Toxic Stimme Was? Jetzt machst du mich da schon traurig Wie soll ich euch denn nennen? Carbon ist klar, den einen nennen ich war John Servus Will Ja, das geht auch Schönes Spiel auf jeden Fall Wunder, super Bombe Okay Och ne, nicht die Map John, kannst du den Skylar dropieren? Das wird Hypercane Das klingt cool Ich hab mich nur lange nicht gespielt Ich hab auch noch den Hypercane Ich hab auch noch den Hypercane John, kannst du den Skylar dropieren? Ja Ob ich den kann? Ja Nicht richtig Ich sterb dann immer Warum? Du meinst du fällst drunter Ja Kannst du den drop nicht richtig? Ich sterb dann immer Oh nein Oh nein Oh nein TC Ripper Oh nö Ja, jetzt haben wir Schlitzer TC Ripper war bei Toppers Oh, Nixen Wir spielen gegen Nixen Ja Puh Das sind Staffeln Muss man die kennen? Ja Nixen ist eines der stärksten Teams Ja Aha Noch nie gehört Da haben wir nicht Halbfinale bei uns auch In der DSBL dabei Im anderen Team Boah Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Dann auch noch Bomber Ich denke mal Und dann auch noch Team Map Die ich überhaupt nicht kann Vorbeitungsbüro versuchen sie bestimmt durchzukommen Throne 1 Jawoll Ja, wollen wir zwei versuchen das zu halten? Machen wir einen Durchbruch oder? Äh Durchbruch Richtung Konsulbüro Alles klar Throne Nein Nein Weil irgendwie ja lustig ist halt nicht oder zwei Oder nicht du dann auch essen Wir können zusammen versuchen verwaltungsbüro zu halten Macht einer War jetzt ein Durchbruch oder nicht? Äh Brauchen wir noch wo wenden? Ich habe keine Ahnung Ich habe gerade auch bisschen leicht überfordert Wir müssen jetzt echt ohne Witz das wird anstrengend die Runde Ja Ja Ach echt? Äh Ich bin sicher vielleicht Ja Gut ich bin auch da Die Wand ist gesichert Ja komm kannst du einmal Werbung machen Nur einmal Und wo ist Action? Au da hatte ich nichts so gemacht Scheiße bei uns kommt nichts Bleibst du da? Ich gehe Ich verstehe Bei mir braucht man Tja Entschuldigung Ich bin jeden am Fenster ja lustig sind sie auf jeden fall konsumfenster ist auch was wenn es der ist kommt was wenn es das oberlicht ist es im moment drei viertel weiter noch wendeltreppe kann ich sagen balkon ist auch safe was diese kack drohne röse jungs ich glaube konsult büro wollen wir gleich rein bei bm fenster die lustig ist gerade schön zum büro euch was da ist noch ein schön nein schön Schönen starken Fäuber Jups! Respekt Digga! Respekt! Gut gemacht Sam! Respekt! Geile Kills dabei gewesen! Ja nix als Flamschen Ich hätte gedacht, dass die noch einmal ins Büro kommen Ja, dachte ich auch Boah, ich hasse die Map Ich weiss ja nie was ich spielen Ich finde der Angriff ist hier nur so ein bisschen schwul Ich finde eher andersrum Ich finde beide scheiße Ich finde das Verteidigen doch angenehmer als der Angriff Also ich finde bereichsicher angenehmer als der Angriff Ich würd gern Wiese rein und einfach mal hoch und schauen was Ob ich irgendwas holen kann Wiese rein Wir müssen eine Bombe aufnehmen Ja Ja Wäre cool wenn ich vielleicht nicht ganz allein gehe Also ich finde Konsulat Bereich sichern Richtig Nice Aber Bombe ist die Map schon ganz Ja Bereich ist super Ja Wir haben nichts zu raus Das ist cool Ich glaube wir brauchen noch nicht zu Ja Ich glaube wir brauchen noch nicht zu Jäger haben die Eure Drohne hat eine Bombe gefunden Smoke Pulse Hast du hier gesehen? Silex gegen gegen Cytonics Ne Champions Cup Cytonics hat gewonnen Verwaltungsbüro ist noch frei Verwaltungsbüro sind sie Zwei 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 Leute Ich hab Flashes Wir flashen im Eck Und dann Wo ist der? Wo ist der nochmal gewesen? Der ist im Geiselraum drin Im Wiese Büro Weißt du in diesem kleinen Raum Korb Kann mir einer gleich über meine Kamera den markieren bitte Er bin Eher hat sich erledigt Er ist rausgerannt Er ist mit der wantedtreppe Schön zombie Schön das puls ist auf jeden fall verwaltungsbüro verwaltungsbüro bei mir ist noch einer hier oben bei mir ist noch einer ich bin unterwegs jungs hatte durch kommt rein und platzieren endlich hat haltet durch haltet durch 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 durchhalten hat jetzt ja ja das ist aber leise das war jetzt kaputt abfangen ist mal blöd hier wenn sie oben reinpushen gegen top teams also wie ist es jetzt vielleicht soll ich mal rüber wechseln also so ist gut ich habe ich schaff das nicht ich habe auch warte er macht du zum ich habe einen job ich schaffe er muss auch noch zu machen ja ich mache den flur auch noch zu oder welchen soll ich zu machen nur den du musst mit ihm zu machen der kitchen reingeht meint den habe ich aufstellen ich denke ich habe es noch eine ich muss noch ja ich muss noch eine ein aufs setzen hat jemand eine kontaktkontrolle irgendwo unter weißen wenn er hat aber wir setzen ich setze das gerät ein kann jemand ich habe nur angeschossen die gegner haben eine bombe lokalisiert ihr wisst was zu tun ist hast du ihn oben einen habe ich das letzte dauernd ja ich komme jetzt runter der braucht hilfe ich komme ich habe noch hälfte leben rechts vor der garage ich werde entdeckt solar das ist nicht sterben ich komme ich könnte das ist und kaputt schafft das danke die ähschen ich hätte nicht nachladen sollen die kriege ich ist einer bei ja vor der wendeltreppe das verletzt die dropshutte die wir spielen einfach gut eigentlich wusste ripper und nixen sind wieder so aufbauen mit elf schlägen auch so kaputt machen ich lerne auch hat das gehört richtig richtig die haben die noch 10 sekunden bis zum einsatz 5 sekunden bis einsatz die bombe wurde alles gut habt ihr kennt ist frei ich weiß es nicht tot 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 die ganze zeit die haupte oder die stand abkampen ist an ich fahr zu den stairs nach oben hat er einfach um die ecke gehst du eine granate wirst rechts hier ist erst dass die ehler schön hoch immer noch da wo ich jetzt bin wo ich meine wo ich bin meinte ich das morgens ist jetzt werde ich mal wieder wartet jungs aber irgendwo verwaltungsbüro und wenn es jetzt unten ist spendet wenn es jetzt unten war bandit der kann garage sein irgendwo keine ahnung ich weiß nicht ich bin am balkon seht ihr den bandit irgendwo ich glaube der ist der weg a ist nichts doch da ist noch einer von weiter aufhängen von hinten auf verwaltungsbüro wenn du sie erst hoch geht aufpassen bandit ist konsul matze mann ist es ist links von dir solchen pink ich wollte kommen wir wurden also chef und ich würden beide vom verwaltungsbüro ausgeholt er hat ein loch gemacht in was schon bei den sts das ist blöd gewesen kommen jetzt noch einmal verteidigen auf fuck jetzt haben wir lobby stacheldraht, stacheldraht, stacheldraht fuck ja kontakt brauchen wir kontaktgranaten ja nimm halt kontaktgranaten mit ja bräuchten wir eigentlich schon oder im badezimmer können wir was machen na gut hast du auch mir an wer ist mir an also gestacheldraht hier bitte machen wir jobber auf oder zu auf oder zu stopper boah keine ahnung stacheldraht auch hier nein so wie stopper aufmachen da kannst du viel das ist scheiße jetzt das ist scheiße sorry ne nicht unbedingt ich weiß noch nicht lassen wir die auf ja aber die sagen ich lass die mal auf ja lass die auf ich sitze mir auf ich sitze mir auf ich sitze hier dran wo brauchen wir noch stacheldraht hier fenster wo machst du da auf kann ich rausgucken aber die können reingucken ach du scheiße einfach überlegen einfach überleben garage schon die tür offen an der treppe seien sich hoch im süden irgendwo beim balkon irgendwas ging hier auf ich glaube die gehen oben rein soll ich dir helfen ich bin im verwaltungsbüro ich versuch dich wenn die mögliche aufzeiten pass auf da ist jetzt über mir ach ging ich bin ich bin über der wendertruppe ich bin ich sichere die tür die sind oben drin bei dem balkon irgendwo sind die überall ja ja wie bei sind die also kapital ungefähr noch das filmpapier hat er hat mich gesehen beim reingehen die chance 30 sekunden job es auf ich bin blind einer ist gejobbt gejobbt alle sind da alle gejobbt alle drei draus ich bin blind ich bin da einer hat sie selber umgebracht 1 gegen 1 das vorsichtig haben sie keine zeit mehr gehabt in der mitte irgendwo ja stark dem nixen der ist auch direkt gelieft das war echt nixen der hat mich zwei mal drei mal geholt mit der hunde ach würde ich glaube ich auf youtube mal hochladen ich muss mal stream wieder machen das war eine starke runde also mal laptop das stream wieder machen ja hier ich muss das auch wieder lesen mal werbung machen oder du für mich was hat sich jetzt nix getan eigentlich ich sehe mal hyper king was bist du rangvergabe hä noch zehn matches bis rangvergabe ach jetzt dicht ne hä hä warum ich hab auch noch zehn matches bis rangvergabe ja es ist ein anzeiger ich hab auch schon wieder so ein pack ich glaube nicht ne ich hoffe dass ich jetzt punkte bekommen habe für dich spielen ja wie schlecht ja normalerweise schon mal ich warte mal das ist du hast keine pünze bekommen ne ich bin bei 3% alpha pack ah kurze pause quack quasi nichts geändert so Warte mal, bist du im Stream drin? Da kannst du es sehen. 8 Minuten und 30 Sekunden. 10 Minuten und 30 Sekunden. 10 Minuten und 30 Sekunden. Untertitelung. BR 2018 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 Wie hieß jetzt der andere nochmal? Der Glückschein. Night Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Irgendwas untertitelung. Das Wort davor fehlt mir. Ja, ich frage mal. Ich will nochmal mal... Dress Night Teaser. So, noch eine Minute und vierzeiglinge jetzt los. So, noch eine Minute und vierzeiglinge jetzt los. Ja klar, kann ich auch machen. Ja klar, kann ich auch machen. Ich will den Stream gleichzeitig gut. Egal, ich fang mal eben hier. Egal, ich fang mal eben hier. Ja, bo... Elgato, ich fang mal eben hier. Elgato. Zack. Es geht. Hast du was verpasst? Äh... Ja, wir haben uns grad 4-1 gegen richtig starke Spiele gespielt. Und... Trotzdem haben wir keine Punkte bekommen. Danke. Und deswegen bin ich auch noch Gold 1. Das kann mir sowas machen. Nur deswegen. Nur deswegen. Ja, was haben wir noch gehabt? Einen Glitcher haben wir gehabt vorhin? Naja. Da war der glaube ich noch da. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hast du noch gesehen, ja. Das helfe ich gesehen, ja. Boah, aber ey, wie ohne Witz. Guck das auf. Ich hab dir gerade übrigens noch kurz geschrieben. Wer? Ja. Ja, aber Luis, das ist doch so, ne? Das ist doch. Ich hole gerne rum. Kennst du mich doch? Ich bin nur ne Runde locker, bis Jeff wieder da ist, ne? Und die Zuschauer. Drei auf, Konsulat. Ah, ok, dann hast du nicht viel verpasst. Obwohl er am Ende doch bisschen spannend war, ne? Ja. Also war vier... Watz halt richtig, was jetzt? Ja. Oh, hallo. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Kann denn jemand hier einen Durchbruch machen? Man muss den da einen Durchbruch machen. Hier. Verstärk mal die Wand, die uns daneben. Nur die eine. Warte. Ah, Lieber hat hier voll scheiße seinen Nagel geschmissen. Dankeschön. Mann, der im Geschäft. Ich kann sie auch wieder weg finden, wenn du da deine Verlänger hast. Dankeschön. Aber hier müsste noch jemand verstärkens verwenden. Ja, ich hab nur noch fünf Sekunden. Hetzt mich nicht. So, jetzt kannst du wieder... Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert auf feindliche Aktionen vorbereiten. Boah, da sind auch so Dinger, die regen mich auch richtig auf, ne? Hier fehlt auch noch ein Karten. Ja. Ja, illerfallen. Ja, ja. Wir haben ein Glas. Hier fehlt noch ein Karten. Hier fehlt noch ein Karten. Liege willkommen zum Waldhaus. Interessiert kann. Ja. Wo? Das ist locker. Ich glaub Piersen. Oh, Jungs. Hier, wo ich gestorben bin. Sunrise Bar. Warum macht da keiner dritten? Forum Romano. Salve. Mehr kann ich auch nicht. Das war Lateinisch. Latein. Auf mich wird geschossen, ich weiß nur noch nicht. Woher? Ah, das wird ziemlich brennen. Äh, das ist keiner uns bot. Ich weiß nicht, wo die Bombe drin war, habe ich sie hier? Ja, da können wir wieder hin. Oh, ich hab noch ein Wort, Luis. Osteogenesis Imperfecta. Weißt du, was das ist? Ich wiederhole. Osteogenesis Imperfecta. Ich wurde deckt. Osteogenesis Imperfecta. Hab ich schon mal gehört. Ähm, was ist das? Oh, wo ist denn hier die Kamera? Wo bist du gestorben? Wo bist du gestorben? Osteo. Nein. Hä? Ach so, Recruit. Ich hab schon gedacht. Juice hab ich doch geholt. Ähm, Johnny, kennst du? Osteogenesis Imperfecta. Ähm, was nochmal? Osteogenesis Imperfecta. Bereich Medizin. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Osteogenesis Imperfecta. Osteogenesis Imperfecta. Osteogenesis Imperfecta. Äh, Kessas Wort quer. Ich geh' in Queer Sarah. Ne, geh' nicht. Ach, wir sind Vollzähl hier, oder? Achso, ja, soll wir raus oder soll wir noch einmal? Ja, geh' mal raus, komm. Schwer' noch nie. Lass' rausgehen. Ich pushe rein. Bock auf. Ja, okay, dann pusht man einmal noch rein und dann. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Seide, sei gegrüßt. Aber, das können wir mit Kessas Togel. Der hat eine Bombe gefunden. Nur Pistole, ja. Ich hab' einen Pistole, ja. Lass' mal das Sunrise Bar pushen, oder? Ne, ich hab' nicht kein Arzt. Karbonis Rettungsassistent. Ich bin beide Rettungsassistent gemacht. Ja, ist weiter dabei geblieben. Ich studiere mittlerweile, aber nicht Medizin. Ich bin Arzt. Zwei Jahre Ausbildung. Ja, war's Arzt. Aber nur bei Rainbow. Besser als ein Arsch. Arsch. So, Purschenkinners. Wer den ersten Kill macht, geb' ich ihn aus. No, Spawnchap, der da einfach. So'n Kassier. Ach, fuck. Ja, rein mit euch. Wie seid ihr noch alle draußen? Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Ja, alle von TMA pushen, ey. Weil die dumm sind. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Na komm. Links, 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 links. Oh, nee. Ja, komm lass' rausgehen. So, schüsse, kommst du gegen. Starten wir nochmal ran. Und? Ah. Ach was, du bist Schulsanitäter. Guck mal, das ist einer von uns. Johnny. Äh, John. Johnny. Ich join' dir wieder, oder Matze? Naja, ich lad' euch ein. Schulsanitäter. Ich kann die auch so join'n. Ich war noch nie Schulsanitäter. Ich auch nicht. Ich war Streitschlichter. Alter, hab ich da geschlichtet. Ich bin ja heute noch mal bei ID. Ich bin ja heute noch mal bei ID. Ja, ja, ne. Ey, ich hab sogar ein Urkund, oder? Ja. Ich dir doch nur mit der Hau. Ja, ich auch. Ein staatlich anerkanntes Chat-in-P-Ker. Das glaubst du, wo ich mich hier in Darmstadt damit gebrauchen habe. Oh, sie ist ein Schulsanitäter... äh, Streitschlichter gewesen. Streitschlichter, das ist so. So was können wir gebrauchen. So, was geht's? Streitschlichter, Alter. Jetzt hab ich schon gedacht, ihr habt's ohne mich angefangen, ne? Ne, ne. Ne, ne, ne. Herausforderung abgeschlossen, mal gucken. Ich war auch mal in der Zeitung mal. Bei BILD. Vor 10, 11 Jahren. Auf der ersten Seite, oder was? Ja, ich bin mit dem Rettungswagen in der Tiefgarage stecken geblieben. Ohne Witz. Ne. Dort, wo der Flughafen. Also ich sag mal so, es war nicht schön. Letzte, nächste zwei, drei Monate. Man kannte mich. Hey, du bist doch da einer, der stecken geblieben ist. Ja, ja. Zwei. Wollen wir Thermalt'n? Ne, ja doch. Ich bin mit Thermalt'n. Bäh, ich hasse Thermalt'n. Alles klar, Josef, vor rein. Wir können tauschen. Ja, warte, warte, warte. Gerne. Liebend gerne. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, John, pushst du mit mir? Ja, Toxic. Ich war der Fahrer. Wo willst du rein? Das ist eine lange Geschichte. Kann ich jetzt mal erzählen. Warte mal, wo war das nochmal? Äh, vielleicht ist das ein Raum da hinten. Das kleine Rützende mit zwei kleinen Fenstern. Und dann E-Stairs nach oben. Also Lüftungsraum, wenn du das siehst. Ja, Lüftungsraum, dann E-Stairs oben. Schnell die Treppen nach oben. Ich weiß gar nicht, wo du rein bist. Schalter oder was? Ja, der Schalter weiter rechts ist noch dieser kleine Raum da. Schalter rein. Ach so. Hier oder was? Ja, hier rein. Hier rein, ne? Hier durchs Fenster. Ja. Mach mal. Was ist denn kaputt? Der ist noch oben. Ich lasse hier die Camp stehen. Einsatz in 10 Sekunden. Ja, ich hab die Camp hier schon. Ich hab einen Besserungspot. 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ah, scheiße. Kann spotten. Da kommt irgendwas Richtung Lobby. Also. Wie ist's jetzt? Ist was. Ist zuerst. Ehla. Ja, ist zuerst. Mach jetzt. Komm wieder. Nimm mit. Nimm mit. Du brauchst gar nicht. Wenn du sie da hinstellst, hast du das Fenster und die Tür. Die ist da oben immer noch. Die sind auch da oben gewesen. Hab schon. Ne, verletzt, 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 oder? Ah ja. Wir haben uns gegenseitig. Riesenkurze. Er läuft raus. Sorry, ich hätt sie haben müssen. Ich brauch Deckung. Alles gut. Oh, 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 Alter. Hier unten ist Puls. Ich komm rüber. Jetzt kommt er raus. Nein. What the fuck, ey. Unten ist noch einer. Kommt jetzt Treppe hoch. Raus. Sorry, John. Alles gut. Nix passiert. Er hat kaum noch Leben, ne? Hup, hup. Mich wolltet ihr nicht. Ihr auch. Hast du schon mal ein Leben gerettet? Mehrmals, mehrmals sogar. Mehrmals. Täglich eigentlich fast. Gerade heute noch. Ähm. Katheter-Wechsel. Alter, hab ich ihn gerettet. Hahaha. Du bist ein Senpai. Ja mal. Ja gut, das war echt ein Notfall. Das war echt voll mit Blut. Hahaha. Musste gerettet werden. Hahaha. Urologischer Notfall. Ich hab mal eineinhalb Stunden reanimiert und dann hat sich's rausgestellt, dass der Patient von meiner Mom war. Der Patient? Der war trotzdem tot. Ja. Nee, aber kommt schon mal gelegentlich vor. Ob ich genug verdiene? Puh. Nee. Ja, also in Bayern verdienst er echt scheiße. Aber in Hessen... Nicht nur in Bayern, in Hessen auch. Was? Egal wo. Rettungssystemen verdienen den Scheiß weg. Standort der Bombing Gefahr. Also... Finde ich für das was... Wenn man sich überlegen, Verantwortung und so... Ja, wir sind überreichen Mediziner. Für dich ist überall schlecht. Ob du Krankenschwester bist, ob du Nas bist. Altenpflege auch? Altenpflege auch? Alten... Ja, sowieso. Sprech aus Erfahrung. Also... Gut. Was verdienten... ERA... Anfangsgehalt... Ich glaub 2,6 Netto... Äh... Brutto. Netto. Eben. Das ist für mich nicht... Ja. Gut, hast du noch Geschichtsverlagen und sowas, ne? Also... Man kann damit leben. Das ist nicht viel. Soll ich hier aufmachen? Passt schon. Ich war hier. Äh... Sula, ich kann dir sagen, wenn da jemand hochkommt. Ja. Zumindestens teilweise. Ich kann dir nicht direkt sagen, wenn jemand schon vor der Wand steht. Blackbeard, Blackbeard Archivfenster. Schlag's unten zweimal an. Das... Das Fenster. Da. Bei dir, links von dir. Boah, alter! Äh, Ciampa muss aufpassen hinter dir, ne? Der hat einen Engel, der kann dich da... holen. Vom Archivfenster aus. Okay. Vom Feind kontrollierte Zone getreten. Sofort verlassen. Sein Standort ist gefährdet. Buckdown. Unter uns. Oh, da ist noch einer. Ash, glaub ich. Jo, Ash ist auch noch unter uns. Im Lüftungsraum, wo du dir hieß. Ah. Ist... Kommt... Stairs Flur. Stairs Flur. Aufpassen. Genau da. Matze, das Blackbeard. Chill. Ja. Schon fast dumm. Ich hab keine Fonds mehr. Boah. Der ist noch auf dem Dachblöck, doch. Oh. Na, die gehen auf B, oder? Wirklich, ja. Ich hab ne Cam, Jeff. Vor deinem... Also, draußen bei Google. Boah, Alter. Jums, vielleicht bei B? Bei B? Bei B. Bei B. Weitest bei B. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab ne Cam, Jeff. Ja, einer noch draußen am Fenster. Ja, einer noch draußen am Fenster. Ah, fuck, ey. Das war schlecht. Oh, und der andere noch. Innen. Ich schreib' ich nicht. Beide Fenster. Der eine da, und der andere links Carboni da am Fenster. Da ist noch geradeaus. Leck dir's. Ich bin blind. Ich bin blind. 5 Sekunden noch. Ich bin auch blind. Jawoll. Schön. Leider schön. Haha, so ne Pfanne. Pfeife. Brutto, Brutto. 2,6 Brutto. Grundgehalt. Wo man natürlich noch, äh, zuschlage, zuschläge. Was kriegen wir? Sonntag, Samstag, Feiertag, Nachtdienst. Echt dir? Samstag, zuschlag? Wir haben Samstag, ja. Wird mit 30% gebürtet. Echt? 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 die verstärken ich habe leider nicht so aufmachen was schon immer kommt es mal mit der verheiratet ist vielleicht versuchen dass wir letztes mal gegen die anderen durchspruch gemacht standard ich komme rüber wollen wir fastblend machen wir wollen abgeben warte warte ich schmeiße ihn waffenlager nicht durchs fenster soll und das einer matze links zollamt ich bin direkt bei der haupttür nicht durch fenster genau oben ist der duschen hat ein doch durchgeschossen hier ist Fenster auf der duschen ist immer noch oben ich kenne haupttür haupttür gucken ja der eine verletzt der eine liegt ja verletzt da muss das sein shit haupttür schafft er nicht mehr oder? ne schafft er nicht mehr schön stark geplänt sehr schön ja matze läuft auch wieder bei dir ich hätte ein bisschen weiter mittig im raum hätte man sie von draußen müssen sehen können an der türe carboni man verdient erst mit 1000 abos und 2000 views geld alter 1000 abos wir haben leider zwei opponenten verloren heute? ne nicht heute 158 hatten wir 156 haben wir jetzt äh wo sind wir? komm spielen wir ran ähm halt mit mir irgendwer oben ich gehe nach oben ja servus liebe anderen amad ich gehe nach oben nein mein pc steht jetzt wieder ab nein johnny giant dem arzt so muss ich gleich nochmal starten mal starten was musst du mal starten? ähm net top das sind meine kommentare jetzt nicht also kommentare äh entschuldigung ähm ja genau ich finde es schade dass die ganzen ähm kommentare nachdem wir live stream beendet wurde wechseln ja fände ich auch schade ja fände ich auch schade zombie gold aus stopp zombie gold aus mach doch mal eine auf von der seite ich würde hier sowieso nicht viel verstehen eigentlich was blödsinn gewesen das ist meine macht toll äh ich könnte ja paar löcher machen hier oben ja gleich ich hab irgendwas kaputt gemacht ja gleich also wird kein durchbruch da gemacht fuck äh frostbatter ist hier dauernd hab durchbruch gemacht ist auch durch ist auch durch wechselmagazine geht mir die mine fest irgendwas ging hier auf oh ja bei mir oh ja bei mir ja schild äh blitz oh alter sieh sie dir genau an twitch is down oh er pusht der ist da hinten er ist down fuck 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 er ist runter auf ping war einer den hab ich nicht gesehen das ist fuck oh wie unglücklich das Fenster vielleicht ja wobei jetzt kommt er es noch nicht äh fuck ist oben bei dir John jo krass hinter dir jo der fuck ist oben der kommt jetzt mal schön schön die anderen zwei sind oben waffenlage und archiv fahren sie können jobben die gegner entscharfen eine bombe ihr entscharfer muss deaktiviert werden ja pfeifen das hat keinen sinn ja doch runter und dann töten oben das ist ja nur ein kill ach so ein schuss komm das schaffst du das glaube ich ja wo ich bin ah fuck nein schau da ich kann ja ahnung wie du den back geholt hast also ich hatte ja einen höhenflug gehabt mit meinen 160 abonnenten weiber drohungen und dann und tiefpunkte ja jetzt bin ich halt wieder hier ja war das witzig ne warum ist der timon hoffmann jetzt blockiert worden blockiert blockiert ist er nicht blockiert ne komm egal nachricht gelöscht ok warum wurde warum hat timon nachricht gelöscht weiß ich jetzt nicht ein bisschen ja das sind die sind wieder unten ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren ach Gott stopp x eure drohne hat eine bombe gefunden ja pappaka boni hat kein geld mehr doch der ist nach oben 10 sekunden im monat zu ende oh die haben cavera mhm ach würde ich mich markieren mit meiner drohne mit meiner bitte auch nicht entschärfer wurde erneut gesichert gelangt zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschauen ähm entschärfer 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 ist jetzt gesichert ach danke ach guck mal einmal komm entschärfer muss zurückgeholt werden entschärfer wurde zurückgeholt haben wir eine äh ne haben wir nicht ich hab cavera ne mhm bei a haben die zugekästelten durchbruch da ist keiner drin im a raum hier sind beide ganz ehrlich wir blenden ich smoke up wir gehen da rein ja blenden wir gehen da rein muss aber aufpassen wir haben sie ja nicht smoke up geht rein direkt vor der tür es liegt einer direkt rechts am fenster super idee super idee das war nicht so gut direkt wenn er rein springt rechts unten in der ecke hat den habe ich schon verletzt der kommt gleich zu mir ja ne kommt er nicht ne kommt er nicht ne scheint nicht so na warte ich komm zu dir liegst du verletzt drin ich bin verletzt ja one spot schitz ich push einfach rein mach mal die wo bist du ich habe ihn erledigt achso schnell hol ihn hol ihn hol ihn hol ihn fuck er ist drin er ist drin er kommt von der rechten Seite links fuck schade ja es hieß dass der raum frei ist deswegen habe ich gesagt wir blenden hätte er gut geschafft ja ich bin reingesprungen ja wäre gut gewesen aber der raum war leider nicht frei der lag von nach nicht als ich mit der cam reingefahren bin sorry ach louis mach mich nicht alt mach mich nicht alt und aber schräg und ich bin ich bin mich ich bin mir es ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin aber ich bin gleich markiert eben gleich die gesponsorien achtung die gegner haben eine bombe befunden das ist das noch alles verstärken hier ist irgendwo ein Cam hier fehlt eine Wand Jungs, ich vollkommen hier Besuch Archiv, ja hier ist eine scheiß Twitch-Drohne wieder dran kann es sein, es ist ein Beruf schon, weil es ist keine Ahnung ich meine nicht Chef, kannst du Büro gehen? das Fenster ist offen ich bin hier, hab hier, wisst ihr Büro ist drin Notfall zieh dich zurück ich brauche dich wo bist du? wo bist du? rechts, 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 close, rechts nice schön auch heave ja, ich eben da schön schön noch einer noch einer auch heave irgendwo die Banner ist da und übrigens hab ihn draußen hab ihn draußen hab ihn draußen let's kill ruhig ja schön ich wusste gar nicht wo er war, ich bin einfach rausgelaufen doch boah, danke, Chef, du hast mein Leben gerettet da oben ja, jetzt hab ich meine jüngsten noch Kinks gemacht ach, komm ich nochmal ja oh, das ist 703 läuft hast du gehört, Matze? was denn? bist dein Vater-Figur ja so alt bin ich schon alter Sack warum wurde der nächste blockiert? krass schreiben die so schlimme Sachen, oder was? wahrscheinlich krass ja, gut, dass wir so Advents heißen ja, wir müssen eine Bombe aufbauen ja ach so, ähm, bist du im Chat drin? schreib mal was ich kann dich dann auch so äh, der Ding ist so Co-Kommentator, oder wie sich das nennen Moderator ich? ne ich guck nur, ob man zu mal rein beim Handy und liest die Kommentare der Stream läuft nicht nebenbei aber wie sagt man, E3 ist so scheiße aber ich weiß nicht, wenn meine Anmelden sagt ach ihre Drohne hat eine Bombe gefunden ach hm Mark Build was schickt der schon wieder wir sind 5 die Streamer sorry bub bub Einsatz in 5 Sekunden na, der Mute entschärfer wurde zurückgeholt rückt zur Bombe vor und entschärft sie ach so, wir sind schon mal macht der Bandit genau selbe, was ich gemacht habe ey du bist der andere wunders, Digga du musst da nochmal rauskommen komm, 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 komm will nicht komm, ne, komm, du nicht soo ich bin nicht die Bahn ich tipp mein Gott ich bin auch mit dem Mute der Sender hier irgendwo wir haben keinen Firmheit, ne ne kannst du nochmal nen Tetscher hinschmeißen Richtung Tür das ist blockiert ach, das gibt es doch nicht der ist dort, der ist immer dort der ist immer dort der ist immer dort auswärts ist äh ich blende rein ich blende rein da, äh Mute hockt in der Ecke ach so, ok, alles klar und Jäger auch bände dann einer pusht raus ich komme plazierst du C4 ich hab's noch geschafft gut wir haben weg äh Jäger, ich brauch dich John, ich kann sagen wenn links direkt einer kommt ich kann sagen links nicht, guck rechts die ist rechts rechts an der Tür ruhig, ruhig, ruhig er steht da markiert der rechte Seite komm, scheiß drauf schon schon, schon, bitte scheiß drauf oh die ist am durchgang ich kann sagen, wenn der LLLs links ach Jonas aber schaffst du nicht doch er schaffte ach Jonas ja, der hat mich gepusht sonst ach ey entschärfer wurde deaktiviert mission gescheitert ach ich hab den call vielleicht verstanden ich dachte, sie wären noch im Zwischenraum dahinter nicht in dem kleinen Gang schon meh hätte man haben können aber Hibana ist so geil ohne Witz soll er wieder runter gehen? da oben ach komm, scheiße geh mal hin jetzt muss noch Jeff ein bisschen aufdrehen ah nee, nicht Jeff Zombie können ein bisschen aufdrehen gegen die anderen fand das leichter ja, da habe ich auch keine Punkte bekommen das zählt nicht hallo Timbo hallo Timbo, büß ich hallo Timbo, büß ich die Bomben weiterschicken du gehst doch bestimmt mit Puls ähm äh cctv rein, oder? hm ich geh rüber serverraum halt da na ey, wir haben kein Schild zufällig, oder? ne ah, ne nein nein ich bin nämlich noch nicht nein 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 ich bin auch kein Banditisch jetzt ich habe drei Drohnen oh sorry uffala, das habe ich nicht gesehen du hast getan, weil ich scheiße zuf ich gebe euch hier im Archiv ein Mira-Fenster, wenn da bitte jemand hingeht ich habe mal kurz ich habe mal kurz ich habe mal kurz schön ich bin die Bahn ab aufgeschluckt richtig ich werde mal kurz frost natürlich danke Carbone du hilfst mir wo bist du dann neben dir nach dem Fenster Blackbeard ich hänge fest äh Blackbeard mach die Fenster ja der hat es noch oh fuck den habe ich ja gar nicht gesehen doch haben wir doch im flur ist schon ein flur war twitch draußen ein 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 von links am fenster und 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 Ich setze den Sensor ein. Boah scheiße Osla. Ich suche nach Feinden. Uns oder? Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Ich suche nach Feinden. Bleib doch einfach in Stop Line. Haben wir noch ein paar Camps? Außen habe ich eine Camp. Alter, werden wir fast alle Camps machen. Ich glaube bei mir aber. Wer ist hier? Wo ist er? Hier. Ja, lassen wir kommen. Nein, das ist... Ah, scheiße. Okay. Ist runter, oder? Nee. Haupt Tür. Haupt Tür. Außenwand. Placiert. Schön. Echt jetzt? Ja. Sehr nice. Stimmt, ja. Ja, du hattest Teamkills. Boah, der Blackbeard. Ich bin hängen geblieben an irgendwas. Krasser Typ. Krasser Typ. Du hast mich voll geopfert. Erstmal schön sagen, bleib da, ne? Guck mal, wir sind beide drauf gekommen. Kommt Jungs, konzentration. Puls ist wirklich stark an der Stelle. Äh, will jemand den in Schäfer haben? Ja, komm mal, ja. Nee, ist gut, wenn du den hast. Ja komm, hier nimm. Ähm, wir gehen oben rein alle, oder? Diesmal. Wieso ist gut, wenn ich ihn hab? Ich sterb doch eh so. Na gut, aber der Operator ist ganz gut. Und dann ist Hedger oder Summert. Wir müssen eine Bombe aufschwirren. Hm, ich hab mich rumgeschwitzt gerade. Ja, war echt stark. Sie sind unten. Ja komm, ich geh nur oben rein, dann mach ich die Dropper auf. Sledge kann auch immer alles aufmachen, dann. Fick dich. Entschuldigung. Hab ich OBSK 18 geschrieben? Ja, hab ich. Da darf ich Fick dich sagen. Nein! Fuck. Scheiß Schrank. Jodie, was ist vor? Ja, oben alle rein. Dass ich die Dropper aufmachen kann. Und du mit Sledge kannst ja dann oben alles aufmachen. Kann ich machen, ja. Ja, ne Mira dabei. Gott. Aber ich dachte schon, ich wär falsch gestorben. Ja. 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 Ohne Waffenlager. Ohne Waffenlager. Scheint ja, ist komplett frei. Waffenlager. Archiv ist auch frei. Archiv ist auch frei, okay. Guck mal Büro. Warte gleich. Büro scheint auch frei zu sein. Warte. Ja. Ist auch frei. Sind gar nicht oben. Scheint so. Ja gut, dann mach mal auf. Zombie, genau. Bleib mal im Büro. Zombie. Und guck mal da hier. Du hast nen Diffuser, ne? Oh! Oh, der ist verletzt. Ich hole ihn mehr. Ja, verletzt. Okay, holen wir. Kann den Dropper aber leider nicht aufmachen, ne? Ich kann. Achso. Den Dropper muss ja keiner aufmachen. Was machst du alles auf? Boden? Ja, ja. Ich bin dabei. Ist der's? Ist der's? Ist der's? Ist der's? Und Zoll und unten ist auch das. Hier war doch eben einer. Da hinten hockt einer. Da hinten hockt einer. Ja, das war der. Mein erster Kill. Yay. Keiner am Mirrorfenster. Wir könnten bei B planten. Da ist einer reingerannt. Keiner bei B drin. Okay. Ich droh noch mal. Auch. Noch. Ja. Einer war noch beim Zollamt. Rook oder so war das Zollamt. Zombie. Lass fallen. Lass fallen. Komm. Lass fallen. Ich glaub ich. Ich bin ja dabei. Gebt ihr Deckung, Jungs. Ich bin bei B. Fenster auf. Mach sie nicht. Äh. Champa. Ach, der hat Zoll. Ich bleibe auch liegen. Ich bleibe auch liegen. Die Mera liegt in der Ecke bei der A. B Bombe. Ne. Am Fenster. Ah, okay. Geh du raus. Geh du raus. Ich bleib fliegen. Bei der anderen Bombe liegt die Mera an der Ecke. Ist da ein Mirror? Bring sie um. Bring sie um. Nur noch ein Gegner übrig. Der ist links von dir. Schön. Sauber. Stark Jungs. Die Eltern nicht entschärfen können. Alles klar. Aber zum nächsten Mal werde ich dann erzählen, was da mit dem Rettungswagen passiert ist. Ähm. In der Tiefgarage. Das ist schon wieder eine Auto gegangen. Zeit lang. Stand. Nicht, dass wir jetzt schon wieder keine Punkte kriegen. Ja, die haben wieder geliebt. Wenn das jetzt wieder so ist, dann... Ne. Ne, die 2 Abzeichen. Ne. Die Platten 2 jetzt. Unfassbar. Einfach. 5. Das ist ja auch noch nicht. Der eine da, der vorhin hier war nicht. Hier drin war nicht gefragt. Er ist offline und wenn wir Platz haben wollen, dann auch noch. Ah ja, stimmt. Maxi. 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 Maximilian. Ich spiele in letzter Zeit ziemlich häufig mit uns. Das ist Maxi, nicht nicht. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, woher ich den kenne. Den haben wir doch einfach so eingeladen, oder? Ne, ich kenne den schon länger, aber ich weiß nicht mehr, woher. Maxi. 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 wieder ausmachen kannst du machen kann zu machen mag sich auch richtig tierisch freuen also einfach keine ahnung wenn du einen youtube-channel hast zum beispiel einfach hochladen und links schicken ja wie gesagt macht das macht das weil das mal wie du es sich oder mag geschäftszustand ist husen desto attraktiver wird unsere seite macht es einfach haben wir noch zuschauer überhaupt ich glaube sechs oder sieben hatten wir gerade gehabt also wie gesagt wenn wir jetzt keinen fünften finden können wir aber noch mal ein bisschen abspacken locker ich habe maximilian eingeladen also ich komme gleich bis dir zehn spiele habe ich sie mal punkte ja man nicht zu spiel noch da bin ich dir aber wie gesagt ich freue mich freue mich freue mich bereich sichern können wir doch auch zu viert ja klar wenn jetzt dann hat sie nicht gleich kommt stellst du mal gleich machen oder wie lange bis wie fertig sind irgendjemand schreibt ins team gerade an ich bin gerade gar nicht dran wer schreibt denn keine ahnung ist dem stream ja dann sollte alles mal ich gehe mal davon aus wenn er da schreibt gehe ich mal davon aus dass er im stream ist ja also mal von party reinkommen dann machen wir noch eine runde mit schwanni müsste ja offen sein die party ja ja aber die findet man nee in letzter zeit läuft auch wieder irgendwie es geht war mal besser oh das sind wieder viele spiele an hast du gesehen hm also lad ein schreibt er gut lade ich mal ein 19.10 20.10 dsbl dann den silex dann einteilungsliga bomben einteilungsliga ich muss mir ja nur taktik machen wer ich dafür ja wer für ein vorteil hey geil ich habe einen euro gefunden das sind aber viele spiele ähm aber zytronix ist anscheinend jetzt das erfolgreichste deutsche playstation team echt die haben den champions cup gewonnen wie gesagt es wurde zytronix gegen zytronix war äh wurde live gestreamt von verdi und agoni das sind die zwei die die ganzen pro league matches streamen okay wurde auf ubisoft.de auf youtube gestreamt und auf twitch richtig hammer spiel ohne witz richtig geil kann ich mir gleich mal reinziehen ähm youtube channel vor allem das erste ubisoft.de einfach eingeben dann findest du ubisoft.de ja silex das spielt der passi glaube ich jetzt ne 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 passi spielt nicht bei silex ähm wo spielt passi chef du musstest das wissen oder ja hallo alex grüß ich ich dachte auch silex aber ne das war es nicht auch nicht nicht nix in die gang hallo servus alex hallo nix ne ich dachte nicht silex ja gut ja aber ähm ja sytronix ist auch mit pokémon trainer ne das finde ich ja so krass dass der von coca weg ist und dann so ein erfolgreiches team aufbaut nicht schlecht naja müssen wir mal wieder mit pokémon trainer spielen das aber auch lass mal angefragt ja cooler typ so kinder ready bei freilich bei freilich bei freilich chef ist auch da zombie du auch ja ich spiel aber ich spiel mit bombe ne jo ja und alex wie läuft das mit der uni alles gut alles gut chef ist bei hypernet ja ähm so richtig lese jetzt grad im chat zurück das will die schnauben noch wüsst du ich bin doch da toxic ne chef ist bei team hypernet thema und ja zombie gurl ist eigentlich co.d und so war ihr war ja mal bei uns ich kann den tippen können mitlesen rechts ja und mir und stadt ist ja schon naja stadt schon nein doch da haben wir schon facebook seite eigentlich hier was meinst du also keine ahnung wie ist denn geschrieben ach komm schon drauf wo spielt alex jetzt wo spielst du jetzt ähm ntw 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 ahja stimmt stimmt aber ntw wird jetzt wohl zu nixen ah ok ja wir haben jetzt steigern übernehmen ist das thema ja ich weiß die zucker alle sind raus ne naja genau die sind nach label action also zucker, chei und josh wir haben gerade gegen den nächsten gespielt, also einer von denen ja die sind jetzt irgendwie auch bei der Gruppe von Awaken die gleiche Züge wie gewissen gut, Awaken ist glaube ich doch jetzt komplett raus oder sind die jetzt nicht Richtung PC gewechselt, weil die sind jetzt aus der CL raus wenn ich aber nichts habe bei denen in dieser E-Stop Gruppe da die Organisation wäre Thierry wie heißt stimmt, stimmt, genau, genau da ist ja der Bruder von Kuyuk-Q Fabian oder so heißt er das war glaube ich oder? ach klar ok top sick, ciao, gute Nacht jo, viel spaß vor der Schule kleine Schulsanitäter seine Töter seine Töter seine Töter sie sind rum ja die verteidigen Shisha am Anfang ja, ist das schön ok, machen aber die bringen sich gegenseitig um die spielen komplette Scheiße zusammen auch mit die Reinforcements die sind komisch die machen ihre sollte gehen ähm, ich denke schon ja warte mal, kann ich sagen, wir spielen dran rück zur Bombe vor und entschärft sie ja du Alex, du spielst hier mit Goldspielern, was erwartest du? alter, das gehen ab das geht so kann man sein Dia auch ausbauen ok, hier ist sicher ok, hier ist sicher Wird das abgehauen von mir? so, dass wir jetzt richtig wollen fuck, ich brauch Hilfe er ist hier, er ist hier, er ist in der Schatten zombie, wo bist du? hier? oder wer ruft mich ich bin unterwegs unterwegs bomben entschärfung eingeleitet entschärfer beschützten servus kriegst du die er kommt auch von der kürtel bam bam und hier ein 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 schön 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 komisch ja wo gehen wir in kante aus oder ach komm ich mache jetzt nimmst du meinen main weg jawohl ich enthalte mich ich hab gedacht wir gehen eher im penthouse oder? ja oh das ist nett, wir haben ein abo danke du hast echt einen schlimmen namen bist du kontern auch? also bennett jeff was? 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 konterst du? ähm, wo? äh, ich poin auf dem wand, jungs äh, hier, wetscher auch mal, ich hab... mein spiel ist so laut eingestellt, dass ich dich teilweise nicht verstehe naja, bei Wände hochziehen verstehe ich auch meistens nix ja ja ich hab irgendwo noch mehr das ist so scheiße ich heute eigentlich ah fuck, ich bin falsch gelaufen die Gegner haben eine Bombe lokalisiert auf einziger Aktionen vorbereiten so, wir sind jetzt im Case bitte jawoll ach, wir haben das immer einen Spot ja, wat denn nee, komm, bleibs da ich bin schon weg einer am Fenster oder? sag mal, bringen die sich da gegenseitig um? nur ein kleiner piek doch keiner am Fenster oder? ne was machen die da? komisches Spiel ich guck mal caps jetzt ist einer am Fenster ich kann markieren willst du ihn denn schon? oder willst du nicht? der ist weg der ist weg du bist auf dem Dach ey, der wessen ist eine Runde ja, hier der King kommt wieder runter er ist verletzt fixer was? wenn es dann ist die Shisha oben sind vorne einer ist wieder am Fenster gleich bei A oben rechts oder links oder meins bei B oder? äh, ja in Richtung küche ich seh's schon, ja ja gut er ist tot er ist tot wo ist er? wo ist er? ich glaube ich war der ich wurde entdeckt wo? wo ist er? klipper klipper hey klipper hi wo ist er denn? wir haben gerade gegen diese scheiß diese scheiß Wichser gespielt die sind diesen FPS Glitch gemacht haben ja hatten wir auch ja wir haben nixen Club gemacht ne? echt? easy, nicht 4-1 ja, 4-1 wenn andere rausgegangen werden keine Punkte bekommen ne hm 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 wo hättet ihr denn jetzt Thatcher gerne dabei dann? dann müsst ihr mir nur sagen wo ich spawnen soll brauchen wir nicht brauchen wir nicht ich kann aber niemand anderes spielen sonst ich spiel jetzt ganz damit du kannst doch irgendwie auch bestimmt Twitch oder keine Ahnung Sledge oder sowas moin hallo Marco ihr könnt gleich alle für mich spielen weil ich bin jetzt gleich nach der Runde raus ich muss nicht wir müssen eine Bombe auf ich bin auch schon längs raus ich würd nur noch wir waren doof rumquatschen also mach ich wird dann Rainbow Six Abend oder nicht? also heute ist extrem komisch ja voll die komischen Gegner irgendwie alles klar was ist denn los? eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert das glaube ich wird die kürzeste Runde überhaupt Lieschen lebt noch und Switch und Mute lebt noch noch ja komm kämpft die meine Twitch Drohne ha 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 noch fünf Sekunden mann ja von lieber zu schauen so muss auch kommen die Gold her wollen also komm einfach mit mir zombie wer ist denn mit mir? nein ok scheiß drauf einfach rein ähm kapital funktioniert doch einfach ok ich muss doch jetzt langsam mal meine Stimme kennen was 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 achso pass auf komisch legen hier auf ja jetzt verlieren wir noch fünf drei küche ich wurde heute von einem ehemaligen Mercury-Spiel gefragt warum wir bei Mercury raus sind warum wir bei Mercury raus sind dann habe ich mir eins geschrieben und dann sagt ihr bei uns war das gleiche ja ja fühlt ihr euch eigentlich wohl bei uns? ja bei der Gesellschaft können die sich nur wohl fühlen hallo ja ne lass mal lass mal wer zockt denn hier nach jetzt noch mal ein ach ich glaube ich mach noch eins maxi zockt aber nicht ich denke ich ja scheiße zockt noch ja also also von uns vier bin jetzt erst mal bloß ich raus ja ich bin drüben noch in einer anderen Party wir sind zu zweit ja warte mal wir sind wir sind werden wir gleich nochmal raus gehen wer wer geht denn also und die killen sich grad die ganze Zeit selber also ne wer geht denn jetzt nach der Runde alles ich schon aber nicht nur einer ja ich kann auch reden wenn die spülen ach ne dann ja gut dann ist wieder gegenseit oder ja schön john schön hast du gut gemacht hast du gut gemacht hast du gut gemacht schon gell ja klar der matze bleibt mal stehen nö nadeln bereit wirklich jetzt haha ich tue ein kleiner b nächste team kill alter schade so was habe ich heute noch nie gesehen sowas habe ich heute noch nie gesehen ha 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 wie werde er zu dritt um die Ecke gehen trinkt uns gleich alle noch wir haben es bauen gestanden oder es ist einfach krassen und gegen uns hat keine chance und so bin ich dir gewohnt so bin ich dir gewohnt 480 Punkte kommt mit 3% Alpha weg ja Silberspieler ok ja das stimmt Silber, Gold, Platin das komplett durcheinander gemischt so wieviel Zuschauer haben wir noch? 6 echt? 6 von mir steht 3 mir steht auch 3 mir steht 6 ok ja gut dann bin ich jetzt auf jeden Fall weg ja tschüss tschau jo tschau wo kommst du eigentlich wieder Johnny? ah ist er schon raus ja so wen haben wir denn hier noch? ja gut eine Runde mach ich noch also nicht nur noch jemanden in der Tate oder so bitte eh ich überlege grad ob wir noch jemanden haben ja Klimper oder? das ist alles alles nicht hier ich habe wahrscheinlich zu stefan ja gut also dann ich glaube ich auch jetzt raus eine ganz kurze pause ich habe richtig bock auf uni können ja morgen wieder zu schauen bis dem nächsten tschüss noch sieh weil läge die